Es gibt ein neues Firma-Update für das DJI Mic 2 und das ist gar nicht mal so leicht zu finden, denn auf der Seite vom Osser Pocket 3, da gibt es nur das alte Update vom 29.11. Und ob dieses Update die bekannten Bugs behebt oder vielleicht neue coole Features mitbringt, erfahrt ihr in diesem Video nach dem Intro. Also, bleibt dran! Hallo, willkommen in das Welt-YouTube-Kanal und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es gibt tatsächlich ein neues Firma-Update für das DJI Mic 2. Darauf haben mich einige User im letzten Update-Video zum DJI Osser Pocket 3 aufmerksam gemacht, da ja da so einige Probleme tatsächlich nicht behoben wurden durch das Update des Osser Pocket 3. Und zwar auf der Seite vom DJI Mic 2 selber, das kann man ja mittlerweile auch als Standalone-Mikrofon kaufen, nicht nur in Verbindung mit dem Osser Pocket 3, mit so einer Basisstation, da findet ihr dann tatsächlich das Update für das DJI Mic 2. Und die Release-Notes, die klingen schon mal relativ interessant. Und schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen genauer an. Der erste Punkt, Edit Transmitter Auto-Off. Ja, das bedeutet einfach nur, dass sich der Transmitter nach 15 Minuten der Nicht-Benutzung automatisch ausschaltet. Das kann einer verbewahren bei der nächsten Session, vielleicht wenn es schnell gehen soll, den Akku erst vorher aufladen zu müssen. Der zweite Punkt ist richtig cool, den hatte ich ja in meinem Vergleich zum Holyland Lark M2 als Nachteil gesehen, dass man die Rauschenerdrückung immer nur hier am Osser Pocket oder beziehungsweise am Empfänger einstellen kann, nicht direkt hier am Mikrofon auf Tastendruck, wie es ja beim Holyland Lark M2 möglich ist. Und jetzt kann man einfach mit einem kleinen Druck auf den Power-Button die Rauschenerdrückung einschalten. Und das probieren wir jetzt natürlich auch gleich mal aus. Ich drücke jetzt mal auf den Power-Button, dann vibriert das Mikrofon kurz und die Farbe wechselt dann nach grün. Und jetzt solltet ihr eben die eingeschaltete Rauschenerdrückung hören. Die hatte ich euch ja auch schon in meinem Vergleichsvideo vorgestellt zum Holyland Lark M2. Aber wie gesagt, hier viel einfacher zu aktivieren, einfach auf Knopfdruck. Dann wurde noch die Kompatibilität mit dem iPhone 15 verbessert, kann ich nicht testen, habe ich nicht. Und noch einige bekannte Probleme behoben, wie beispielsweise, dass man nicht so einen Bluetooth-Mode wechseln kann, wenn man eine interne Aufnahme hat und noch eine andere Problematik, die aber hier den Osser Pocket 3 nicht betrifft. Letzter Punkt, fixed some known issues. Naja, vielleicht ist dann tatsächlich hier das Problem mit dem Livestream behoben, das ich euch ja vorgestellt hatte, mit dem Osser Pocket 3 Update. Dort habe ich euch auch ein Livestream-Tutorial gemacht. Das könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr noch nie ein Livestream gemacht habt. Da zeige ich euch dann genau, wie man so einen Livestream auf YouTube einstellt. Das Video habe ich euch hier am Ende und auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ein weiteres Problem habt ihr ja auch, wenn ihr die Action 4 nutzt. Die könnt ihr ja auch mit dem DJI M2 koppeln. Nur, wenn ihr dann wechselt zum Osser Pocket 3, dann müsst ihr den Osser Pocket 3 wieder neu koppeln. Wechselt ihr wieder das Reaction 4, müsst ihr auch die wieder neu koppeln. Auch hier stellt sich die Frage, wird dieses Problem mit dem Firmware-Update behoben? Um das Firmware-Update auszuführen, müsst ihr euch diese Bindatei von der Homepage von DJI herunterladen und kopiert die in die Route von dem an dem PC angeschlossenen DJI M2. Und wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr das einfach nur auszustecken. Und dann startet das Firmware-Update automatisch erkennbar daran, dass die LED rot und grün blinkt. Wenn sie wieder blau leuchtet, dann ist das Firmware-Update abgeschlossen und ihr könnt das Mikrofon benutzen. Und im ersten Schritt habe ich natürlich ausprobiert, ob jetzt der Livestream besser funktioniert. Ich höre mich jetzt im Livestream, das DJI M2 angeschlossene Osser Pocket 3. Ein Tutorial zum Livestream habe ich euch ja in Verbindung mit dem Firmware-Update zum Osser Pocket 3 erstellt und in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, dass der Ton jetzt deutlich besser ist als zuvor. Ihr habt gesehen oder besser gesagt gehört, der Livestream ist immer noch genauso schlecht mit dem DJI M2 wie vorher. Das heißt, der Ton ist immer noch so abgehackt und nicht wirklich synchron, hat also leider keine Verbesserung mit sich gebracht. Dann habe ich auch probiert, ob man hier die Action 4 jetzt ohne Koppeln wieder neu verbinden kann. Aber auch das hat nicht geklappt. Das heißt, ihr müsst nach wie vor, wenn ihr zwischen Action 4 und Osser Pocket 3 wechselt, jedes Mal das Mikrofon neu koppeln. Also, das Firmware-Update bringt zwar ein paar Änderungen mit sich, das automatische Ausschalten nach 15 Minuten finde ich ganz cool und auch, dass man hier in die Rauschunterdrückung wechseln kann, ohne irgendwie was am Menü vom Osser Pocket 3 zu ändern. Das war es aber auch schon. Wenn euch mal ein Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, gerne noch Kommentare mit Kritik oder Anregungen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, mich als Welt, YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.